Jetzt, wo kriegen wir diese Automatikarmbrust her? Wenn wir zum Raffenladen gehen, gibt es da eine Automatikarmbrust? Ich habe gar keine Ahnung. In deiner Automatikarmbrust, bestimmt wieder in der Hauptstadt. Es muss einen Grund geben, warum diese Missionen jetzt drei sind, seitdem man in die Hauptstadt kann. Das muss wahrscheinlich irgendwo in der Hauptstadt sein, vom Logischen her. Denn den Karren konnten wir auch aus der Hauptstadt nur kriegen. Hier haben wir ein Schild, genau, den brauchen wir auch noch wieder. So, wieder kein Gefahr, doch jetzt kommt er wieder. Automatikarmbrust. Da frage ich mich die ganze Zeit, also... Oh, die haben wir Geld. Sieben Paliergold, nice. Und eine Mission für Kacke erhalten. Wir haben einfach mal wieder Kacke eingesammelt. Ja. Scheissituation, ne? Ah, hier, wo wir uns einmal versteckt haben. Wo sind wir jetzt überhaupt? Hier, da geht's gleich in die Stadt. Hauptstadt. Kleine Stadt, Hauptstadt. Gut. So, okay. Dann suchen wir mal in der Hauptstadt, äh, einen Waffenladen. Vielleicht, äh, hier ein Ding hat, ne? Automatikarmbrust. Ah, geh weg. Boah. Boah. Die bieten jetzt aber keine Automatikarmbrust. Die bieten Kuchen an, hier liegt wieder Gold, Liebesfaktikuliergold. Was ist jetzt die Frage? Boah, ein gedingster, nervt. Vielleicht hier noch irgendwo? Was ist das Hühnchen? Irgendwo muss es doch eine Armbrust geben. Jetzt sind wir wieder hier. Was ist hier auf dem Markt? Nope. Warte mal. Du kannst Rüstung in diesem Output nicht kaufen. Oh Mann. Ich glaube Rüstung ist etwas, das irgendwie auch gut gehen kann. Aus dem Weg gehen wir hier weiter. Hier. Ansonsten warten wir mal eben. Ich habe eine Idee. So, ich habe gerade versucht irgendwie rauszufinden, zu googeln. Wo wir eine Automatik Armbrust finden. Aber irgendwie steht da nichts. Zumindest habe ich nichts gefunden. Deswegen. Aber ihr seht da hier jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Cut. So zwischen. Also für die Zeit, wo ich gegoold habe und so. Das war echt 5 Minuten oder so. Da haben wir umgeschmissen. Aber ich glaube, das müssen wir irgendwo kaufen. Aber, ne, ich habe auch keine Ahnung. Ich würde sagen, wir reiten nochmal zurück. Vielleicht in die andere Stadt. Dann können wir da noch was. Da gab es ja auf jeden Fall einen Shop mit einer Armbrust im Angebot. Jetzt mal, was dran darf. Hier war leider nur ein Schwert. Keine Automatik Armbrust. Warte mal, wo geht es zur Brücke? Wir sind hier zu weit. Okay. Jetzt noch ein Karrel mit 4 Rädern. Aber keine Automatik Armbrust. Die brauchen wir jetzt unbedingt. Rutsch. So. Dann reiten wir hier rum. Oh. Hier liegt ja auch nochmal deutsch. So liegt ich überall mittlerweile. Wollt rum. Wollt rum. Wo war denn der Waffenhändler hier? Müsste irgendwo hier gewesen sein. Nein, weiter unten glaube ich. Da ist der Lebensmittelhändler. Der Fleischhack. Da haben wir einen. So. Hier, äh. Automatische Armbrust. Ah. Hätten wir einfach kaufen können. So. Und dann gehen wir jetzt wieder zu Will. Wo? Ja. Was für eine nette, primitive Armbrust du da bei dir hast. Los gib sie her. Was jetzt? Ein Stock? Vielleicht ein Stein oder ein Eimer? Nein, jetzt brauche ich nur noch einen, äh, äh, gelenkigen, äh, 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 Schaftversetzen-Curbulator. Hier, Scha- Hm? Was zum Teufel ist ein Scha- 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 Schaftulator? Ein gelenkiger Schaftversetzter-Curbulator. Ein sehr gebräuchliches Werkzeug. Du kannst es in Kisten finden. Jetzt so schnell. Wir sind fast fertig. Finde einen gelenkigen, äh, Schaftversetzten-Curbulator in einer Kiste. Äh. Ja. Keine Ahnung, was da jetzt wirklich will. Da sind aber Kisten. Jetzt ist da was. Ne, nur Poliergold. Also noch mal besser. Die zählen auch aus Kisten. Mit Poliergold wieder drin. Was zum... Den nehmen wir jetzt. Mir jetzt egal. Den... Den Streitwagen nehmen wir. Bumm. Das ist jetzt unser Wagen. Mit zwei gepanzerten Pferden. Wenn die Polente kommt, vorbei mit denen. Hier gab es ja auch Kisten. Hier. Genau. So. Hier. Hä? Da haben wir ihn. Ich habe ja keine Ahnung, was ich da gerade gefunden habe. Dann muss das wohl das richtige Ding sein. mal umdrehen und los. Dumb, 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 dumm, dumb, 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 dumb... und da werden wir oh, das ist ja auch Gold so, bringen wir ihn doch mal ah, der Gelenke geschafft, versetzte Kubilator jetzt haben wir alles, was wir brauchen gib mir nur eine Stunde oder zehn ja, zehn werden reich, ne? äh, fass beiseite dies ist einer der ersten Würfe in meiner Karriere als Wissenschaftler mein Kindheitstraum, mein Meisterwerk wie heißt er? ein Kampfrüstungsansturmstarter Moment, das ließe sich mit Kras abkürzen das gefällt mir nicht, das ist kein schönes Wort du bist fertig so cool da, komm schon keine Angst, ich bin gut darin schnell neue Namen zu finden und sie haben das Karren zur Eroberung kurz Panka, nennen wir ihn Panzer ich weiß den Buchstaben, Kach da läuft das Panzer also wie wär's mit einer Spritztour? ja, verdammt ich hab mit dem König die Blaupau und für die das Ding gezeigt er sagt, dass es keine Maschine gäbe die stärker als 30 Wachen ist beweise ihm das Gegenteil ah, sofort wir fahren Panzer ja, ja Mann äh, hallo fährst du jetzt mal? ich weiß nicht, warum er da jetzt so umgebogen ist aber wir fahren jetzt Panzer tötet 30 Wachen mit dem Panzer oh, ja Mann bevor es losgeht, trinke ich eben auch nochmal einen Gluck dann handleieren wir hier in der Stadt das wird jetzt unser Fahrzeug egal was wir vorhaben wir nehmen nur noch das hier ab in die stadt i'm trippin dog i'm trippin dog so kommt er jetzt noch ja den haben wir schon um Bäh-Bäh-Bäh-Bäh! so pimpern nice nein 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 nicht das nein kontrollpunkt neu laden wir steigen wieder ein dann würde ich aber sagen vielleicht macht es weniger sinn in der stadt dann gehen wir lieber bisschen außerhalb glaube ich hier ist gut gute fläche zu kämpfen waren wir mal dahin naja den aber übelst das können wir zum schlachtfeld umändern aber ich schade dass der mir jetzt gerade kaputt gegangen ist erstmal irgendeine wache oder irgendwelche passanten finden abschlachten ja nice jetzt geht's los da kommen sie schon mein schlachtfeld hier hier herrscht jetzt krieg und wachen schon wer das aufbaut 7 von 30 hier fahndung der nächste ja mann haben wir 30 die gold hier auf einmal rum geht ja wo sind die nächsten und schauern viel stress ja da kommen jetzt wieder welche gold hier dass sie die jetzt nicht alle aufsammeln kann ja mann so 10 noch 1.15 Okay, mach dich kaputt So, gleich haben wir es Mach mir den Wagen nicht kaputt So, einer noch, komm Komm, häng deine Verfolger ab Ich hab ne ganze Gold Weg mit dir Kann ich damit zu Pimp my horse? Aus dem Weg Nein Ja, 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 kenn ich schon alles Kennen wir Ja, 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 steigen wir ein Einsteigen, komm Ein mit dir Und los So, dann Kommt das ganze Gold ist immer noch da Dann würde ich die eben ganz, ganz schnell einsammeln Dann könnten wir Ich weiß nicht, wie viel Gold das jetzt ist, aber Könnten wir schon ordentlich uns was hier holen Glaube ich War das hier? Ne, weiter vorne Weiter da hinten war das War das hier? Müsste hier gewesen sein Ach nö Dann würde ich sagen Wir fahren damit zu Pimp my horse Gucken erst einmal Können wir den überhaupt umlackieren? Oder gehen da nur Pferde? Ich bin kaputt Ich bin kaputt So Pimp my horse Da wären wir Mal schauen Nope Das funktioniert nicht So, Freiheit Komm Du bist frei Du bist frei Du bist frei Du bist frei Geh weg Wir müssen das jetzt noch einmal machen 30 Aber da hinten irgendwo Wieder eine Wache Guck die da Dann ist eine Wache Komm Komm Wache Ich will dich haben Ja Ja Jetzt haben wir ihn Jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit Den haben wir erledigt So, den So, dann würde ich sagen wir fahren hier einfach mal so paar Runden Oh, dritte Fahndung, nice Oh, dritte Fahndung, nice Da liegt noch Gold Da liegt noch Gold Da kommt noch Gold Da kommt noch Gold Und da kommt schon der nächste Ja Weg mit dem Dann fahren wir hier ein bisschen geradeaus Komisch Und Den haben wir auch noch 38 Da fahren wir hier ein paar Runden Da kommt schon der nächste Hinter uns ist noch irgendwo einer So, da Der Ritter sogar Den haben wir wieder Hinter uns ist wieder noch einer Da Da Mit einer Arm rust So, rein theoretisch könnten wir hier jetzt Wandung eben kurz weg machen Ja Weg zurück in den Panzer Ach nö So Wieder von Null Ach das ist doch doof, dass wir wieder von Null anfangen müssen Ja dann würde ich sagen, diese Folge macht nur ein kleines bisschen länger Wenn ich das jetzt schaffen will Wenn ich das jetzt schaffen will Wenn ich das jetzt schaffen will Komm her Ritter So Die haben wir auch schon So Haben da jetzt noch ein paar? Wir machen eine etwas längere Folge heute Ausnahmsweise Weil das hier will ich auf jeden Fall geschafft haben So Wir fahren hier weiter runter Elke haben wir schon Erneut Wo? Komm aber irgendwie keine mehr Doch, da oben war irgendwo einer Ah Ich kann schneller Aber der hat auch Ausdauer Der ist weg Da kommen wir zu 2 So Die Hälfte haben wir wieder Du 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 So Vorne kommt wieder einer Hinten ist noch Hinten ist noch So ist ein ordentliches Massaker heute So wer kommt zuerst von denen? Der da unten Da kommt wieder 2 Da Und da wieder Hey Ruhig Hat er meinen Panzer getroffen? So Drei noch So Eine noch Da kommt der letzte So Verfolge abhängen Du aus dem Weg So und jetzt schnell Können wir umdrehen Hey Jetzt dürften wir rein theoretisch doch eigentlich aus dem Ding hier aussteigen So Da haben wir einen Ja Ja Direkt zurück in den Panzer Ja Ja So Dann müssen wir ganz schnell Das Nachtart Will jetzt keinen mehr töten Das ist Wie Du Das ist Was Du 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018